Kennen Sie das auch? Sie sehen etwas und möchten es unbedingt haben. Sie könnten jetzt jemanden anrufen, um ans Ziel Ihrer Wünsche zu kommen. Oder Sie nutzen eine der drei neuen Möglichkeiten, die Ihnen unsere Online-Filiale bietet. Der Videochat ermöglicht Ihnen das persönliche Gespräch mit unseren Online-Beratern bequem von zu Hause aus. Beratung, wie Sie sie von der Geschäftsstelle gewohnt sind, zu erweiterten Zeiten bis in die Abendstunden und sogar am Samstag. Es sind keine zusätzlichen Installationen auf Ihrem PC notwendig. Von der Beratung bis zum Abschluss wird alles online erledigt. Die Beratung via Textchat ist mit den Sparkassen-Apps eine unkomplizierte und schnelle Sache. Diskret und unabhängig von Ort und Zeit stehen Ihnen die Online-Berater zur Verfügung und beantworten Ihre Anfrage in Sekundenschnelle. Haben Sie sich für eine Lösung entschieden, kümmern sich die Online-Berater um den Rest. Auf der Website der Sparkasse Nürnberg haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Finanzierung individuell zu berechnen. Sie variieren bei Kredithöhe und Laufzeit und ermitteln so die für Sie passende Rate. Diese Anwendung steht Ihnen rund um die Uhr und überall zur Verfügung. Ist alles ausgefüllt, erhalten Sie eine Online-Sofort-Zusage und die schnelle Wunscherfüllung ist garantiert. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, mit uns kommen auch Sie an Ihr Ziel. Nicht nur für das Traumauto stehen Ihnen unsere Online-Berater zur Verfügung. Egal ob Sie Fragen zu Konto, Geldanlage, Online-Banking oder Vorsorge haben. Kontaktieren Sie uns. Wie einfach und bequem das geht, das wissen Sie ja jetzt.